das ist der kleine schlüsselanhänger oder glücksanhänger gibt mit so einem kleinen herz oder ohne herz ist so ein kleiner glücksengel halt ich fand den auf den bildern ultra süß und das auch so geblieben genau also erst mal von der ausprägung her und vom gesicht her ich finde den echt klasse sieht man auch also nicht jetzt irgendwie eine dünne scheibe sondern also dick gemacht und ist auf beiden seiten gleich das finde ich auch richtig schön nicht dass man auf der rückseite so eine platte seite hat das ist immer ein bisschen doof der schlüsselring ist auch schön dick nicht nicht so ein dünner das ist auch so ein schöner dicker stabiler hat man keine angst dass man irgendwas verliert genau die oberfläche hier scheint nicht scheint die ist lackiert ja das wird vielleicht mit der zeit irgendwann mal abschrubbeln aber dann kriegt er halt eine patina die man auch schön findet wenn man ihn länger trägt das ganze ist von ankerpunkt kenne ich sonst nicht aber das ist mal ein tolles tolles produkt